Achso, das ist ein Teil, was man hin und her mobben kann. Ja. Mann, ich bin schon wieder klein. Ich bin 1,80m. Sind wir im Prinzip gleich groß. Ich bin bald größer. Du meinst, wie groß ich dann bin? Ich bin wieder das Kellerkind. Deine Wirbel soll es aber nicht so probieren. Natürlich. Nein, du hast nicht das, was ich habe. Alter, ich habe 10 Jahre meines Lebens 10 Stunden vom PC verbracht. Und wie meine Krummkummer ist. Außerdem habe ich Aura am Rücken. Ich habe so Schulterkrachen und so eine Kacke. Aber nie mehr weg. Nie mehr weg. Nie mehr weg. Nie mehr weg. Wie so zwei Opas, diese Amerikaner. Komm, schubs ihn mal auf. Ja, das ist natürlich nett. Oh, habe ich gut gehabt. Schnell. Danke. War so klar, dass das geht. Mach mal hier schneller, ey. Da ist bestimmt was. Warte. Dachte ich gerade auch. Warte. Tschüss. Das sieht immer nach irgendwas aus, als wenn da irgendwas wäre in den Wolken. Ja, nur weil wir vorgeschädigt sind. Ja, genau. Ne. Was was? Ne. Wie will man das denn in der Luft halten mit so viel Wasser? Ja. Wie bist Nintendo? Bitte macht keine Unterwasser Level mehr. Danke. Wer will die? Wer will die denn? Ja, doch ein bisschen. Wer will die denn? Was? Ja, dann lenkst du doch mal eine Wand. Ja, geil. Boah. Ja, boah. Krass. Krass. Hier ist bestimmt immer drin. Und da unten auch. Ne, doch nicht. Das ne. Boah sauber. Draufgelenkt. Mach den zu Eis. Oh, ja geil. Danke. Du hast mich gerettet. WP. Ich schmeiß mich immer vor dem, wenn da irgendwie ne Rakete ist. Schutz. Boah, der war episch. 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 Das heißt episch. Nein, ich will da hin. Nein, nicht da hin. Mal, blockieren wir uns der Gegenseite. Nö, ich hab nur dich blockiert. Hier kommt man ja gar nicht rein. Ah, lockt die Rakete da rein. Meinst du nicht? Nein. Aber was soll das sonst bedeuten? Komm. Okay. Ach komm. Warte. Dann bleib stehen. Hier. Okay. Der war gut. Der war gut. Komm. Ma. Okay. Irgendwie nicht. Aber immer müssen wir ihm machen. Toll, ich bin schon klein. Das heißt, wir müssen runter in die Rohre. So. Alt. Nein. Ja, da freust du dich wieder. Oh ja. WTF. Oh cool. Der nimmt mich gerade ein bisschen an Megaman. Keine Ahnung warum. Oder Mario 1 hat U-Boot. Auf dem Gameboy. Wir müssen die Raketen umlagern. Ja. Ähm. Wow. Wie schwer. Ja genau. Er penetriert mich hier. Los, Bill. Der kann dich doch gar nicht treffen, wenn er deinem Auer Modus ist. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja, natürlich. Er ist immer auf zu fappen. Fappen? What? Say what? What? Say what what in the butt? Oh. Hier komm. Hoch mit dir. Runter. Ah komm ey. Okay. So einfach ist er dann doch nicht. Alter. Ja genau. Für dich von der Pils oder was? Ja. Für mich. Pass auf. Siehst du? Jetzt mal rein. Boah wie knapp. Der Sahne da. Warte. Schnell schnell schnell. Warte einfach nach oben. Ja genau. Komm hier. Und jetzt sei hinter. weiter. Ja wie krass denn noch. Ja sauber. Ja sauber. Der trifft sich doch nicht da in dem Modus. Oh jetzt rastet er aus. Von. Oh Gott. Und jetzt drehen sich bestimmt noch mal. Ne. Ne waren zu weit auseinander. Ja. Vorher mussten die sich aber wegen sonst wenn sie offenan dazu gesteuert. Alter. Okay. Wann kommt eigentlich Paper Mario hier voraus? Natürlich ja. Gar nicht angekündigt. Für Nintendo 3DS. Ach so. Am 6. Schade. Also ist schon draußen wenn der Party kommt. Mah das ist doch nicht wahr. Doch. Nein das meine ich gerade nicht. Ja danke. Das ist wahr. Das ist nicht wahr. Die haben super Lungen ne. Ja. Ja. Oder was aus mit du? Nein 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 nein. Die Pilze die sie immer gegessen haben haben sie schon um ihre. um ihren ganzen organismus gewickelt. Und deswegen brauchen die nur noch Pilze zum nehmen. Ja genau. Hä? Wie konnten wir denn durch den Boden immer. Das finde ich jetzt ein bisschen unrealistisch. Der hat uns rausgeschmissen. Rausgekackt. Ach das war der Bowser. Hahaha. Schade dass du so ne Scheiße nicht siehst. Der der ähm. Das Boot ist ja gerade nach links raus. Und er zeigt weiter mit dem. Mit der Hand praktisch. Wo der hinfliegen würde wenn er jetzt. Aus dem Fernseher. Aus dem Bildschirm raus. Fliegen würde. Wie so ein Kind ey. Wie so ein Kind ey. Wie so ein Kind. Erzähl dir mit einem. Achterjährigen. Weiß ich noch mal. Genau ja. Ja ja. Die ist da den. Leuten hinterher ge. Limonadensdschungel. Wow. Ist da ne neue. Wir. Haben wir das mit der anderen Gegend. Wo wir. Hätten auch noch hingehen können. Ja da können wir auch noch hin. Okay. Sollen wir da jetzt hin oder danach. Ich würde sagen. Jetzt hin. Dann ab in die Röhre hoch. Erst. zu dem Pilz. Ja toll. Also fangen wir doch hier an. Ja. Ah cool. Alles ganz groß. Alter. Geil. Das sieht ja cool aus. Wo ist das? Ja genau. Das ist witzig. Das ist doch neu. Uh. Ne neue sind nicht. Das hatten wir schon mal. Ja klar. Ich kann ihn nicht greifen. Was ist das denn? Ja. Hast du gesehen wie groß ist? Ist mir nur egal. Ich bin stark. Zum Glück haben die eine hier unten her. Ja. Na das ist so gut. Ja. Klar. Ey da können wir auch voll die Leben farmen. Lass das mal machen. Warte mal. Warte mal. Lass mal wie viel bringt das? Okay. Na toll. Voll die Leben. Warte da können wir durch. Ah. Ich habe mich noch geduppt. Können wir nicht durch. Guck mal. Guck mal. Toll. Das bringt ja echt viel. Mach mal was. Alter. Mach mal. Ich kann. Ja. Mach mal. Mach du doch. Mach doch mal. Den großen. Hier. Nimm. Ja. War aber nicht extra glaube ich. Doch. Ich hätte nur hinterher rennen können. Warte. Komm mal mit. Warte. So. Alter. Da oben. Da oben. Da oben. Genau. Jetzt. Pass auf. Bam. Hinterher. Ich geh von hier. So. Sauber. Sehr gut. Ach warte. 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 Geht? So ein Handmannorgan. Warte. Nee nee. Hä? Heftig. Toll. Fuck. Oh shit. Oh. Ah. Da war gar ein Klotz. Der war weggeband. Bam. Ach so. Hat man gar nicht nehmen können. Also war es richtig. Dass der da landet. Ja. Okay. Mach mal. Dann geh ich links und du gehst rechts. Okay. Warte. Du musst das mal lernen. Kann ja nicht jeder dreck so gut sein wie ich. Hehehe. Wenn du wüsstest. Tschüss. Töte den. Töte den. Münze. Juh. Ne. Guck mal dieselben holen wir nach unten. Die oben. Hast du gesehen? Nee. Oh. 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 Achso. Ich bin mal toll. Ich hab auch grad verwechselt. What the fuck. Ja. Danke. Fand ich sehr nett. Warte. Da kommen wir im Schirm rein. Alter. Ja. Mach mal. Haha. Stimmt sogar. Oh komm. Oh. Oh komm. Oh komm. Ja komm. Oh Gott. Okay. Mach mal. Lass die Party beginnen. Lass die Party beginnen. Hast du? Ja. Gut. Alter. Aber irgendwie stapelt sich das gar nicht. Ne. Das stapelt sich irgendwie gar nicht. Klar. Ganz komisch. Zwei. Vierhundert. Ja und dann hat's vorhin wieder aufgehört. Jans Mercury. Vielleicht hast du die Wand berührt. Oder die Decke. Das darf man. Soweit ich weiß. Jetzt ne mehr. Genau. Wow. Ich bin durch den durchgeklatscht. Oh fuck. Ich kann nicht weiter stampfen. Hä? Du auch nicht. Dann müssen wir so machen. Warte. Komm da rechts schnell. Ah ja. Stimmt. Ah ja. Stimmt. Ah ja. Krass. Boah. Hä? Die hat er halt wegbeamten. Oh. Cool. Okay. Komm. Mal. Hätt's ja eh nicht mehr erreicht. Ja ne. Gar nicht. Der war gut. Ja geil. Was soll ich hier machen? Von unten. Oh. Warte. Komm. Oh. So. Ja man will. Nein. So. Achso. Du willst die einfach. Ja warte. Das schaffen. Mal komm. Oh. Ja. Ja. Warte. Komm. Ma. Ey wir sind so weh. Oh. Ja komm. Na. Aber okay. Nein. Boah mein Gott. Sind wir behindert? Du bist behindert. Behindert. Ich hab Hunger. Du auch? Ne du? Ne weißt du. Ich sag das aus Spaß. Nein. Also ich frag dich das aus Höflichkeit oder was? Guck dir aber noch die andere Welt an. Erst in das Pilzhaus. Andere Welt oder was essen? Nein. Nein. Ich will ja sowieso nochmal gucken ob der Sound gute ist. Stell dir mal vor wir nehmen mir acht Stunden auf und dann ist der Sound schlecht. Ja aber dann lass ihn die andere Welt nochmal und dann am Speichern. Okay. Ich merk mir die beiden haltern. Ja aber ich würd gar nicht. Oh fuck ich hab gar nicht hingeguckt. Warte. Ich hab einen guten Instinkt. Ich hab einen echt guten Instinkt. Pass auf. Warte eins und drei. Eins und drei. Pass auf den. Ja den ersten würd ich nehmen. Okay. Den würd ich sowieso nehmen. Der Bart? Ja ich hab mir beide angeguckt. Ne den ersten hab ich sowieso genommen. Ich will dafür nur springen drücken. Und fixier meine Augen auf einen Teil jeweils und dann gehen die Augen auf. Voll komisch. Genau dann schielst du in sechs Richtungen. Natürlich. Kannst du das nicht? Ne schielen kann ich irgendwie nicht. Ich hab ne Freundin die kann mit ihren Augen zittern. Dann wackeln die so. Ganz eklig sieht das aus. So? Nein. Na warte. Wie funktioniert damit? Geh da mal nach dem Mittelding. Oh jetzt tut meine Augen weh. Da. Der wird da. Da. Da wollen wir doch nichts mehr. Und dann gehen wir nach oben. Achso. Ui. Hör du. Da war ne Rutsche. Da komm mal hoch. Da war ne Rutsche. Hoch hoch. Voll. Voll kindisch. Hoch. Hoch. Bleib hoch. Jetzt laufen. Okay. Gut. Dann gucken wir mal ganz kurz ob der ganze Scheiß hier richtig lief. Geht nen da ab ey. Voll die Spoiler. Ui. Jaa. Er ist jetzt rutschig. Ui. Okay. Bis gleich. Untertitelung. BR 2018